...geturnt wird. So. Voller Konzentration. Siehe, mein linker Fuß, wenn ich mir das erlauben darf, zu sagen. Ich habe nämlich eine sehr schwere Fußverletzung, drei Wochen rund vor den Olympischen Spielen gehabt und war teilweise nicht in der Lage zu trainieren. Manche Elemente habe ich erst im Wettkampf dort das erste Mal wieder zeigen können, nach drei Wochen, so ungefähr Pause, und das war sehr belastend. Trotzdem waren die Sprünge bis auf den Stand noch zu tolerieren. Ja, das kann man wohl sagen. Und Sie haben...